Ich weiß nicht Ob das ein So ja, das ist da oben drin Kann ich mal einfach mal reinspringen Äh, ja Probier's halt Das ist ja nicht meine Haut Und? Ja, hier hinten ist ein Ei drin Ja, ich bin tot Scheiße Das ist schlecht Hast du das Ei? Ja Okay, jetzt ist die Frage, wo du bist Ja, im Namen Spawn Ja, super Ach hier, ich seh der Name Ich seh der Name Ich komm mal zu dir Ich versuche es zumindest Was ist denn das? Ich hab einen Bogen und Pfeile Geil, der gibt's bestimmt irgendwo Ach, wir haben ja im einen oder anderen auch Oh, hier ist das Ding Oh geil, das müssten wir eigentlich alleine Zu zweit machen, weil das ziemlich geil ist Ich bin jetzt in dem Raum mit dem Das ist eine Zielscheibe Das rot-weiße Ding Ja, warte, ich bin gleich da Ah, ja, ich seh deinen Namen Ich bin grad auch noch in einem Lava-Raum, aber ich bin gleich da Deinen Namen schon direkt über mir Du kommst halt nicht nach oben Ich wieder nicht Weil hier, was ist Bei mir zumindest Bin schon wieder Diesmal bin ich im Raum mit einer roten Flüge Okay Ah, hier in die Richtung Ich bin in einem Raum mit einer 0 Mit einer grünen 0 Ja, das passt ja auch Warte mal, das schreibe ich mir jetzt Das schreibe ich mir jetzt wirklich mal auf Die Farben zumindest Grüß dich, meine So, brauche ich noch einen Stift Den habe ich hier Was hat man Also alles Wir hatten eine gelbe 5 Ja, und eine rote 5 ist Rote 5 und eine grüne 0 So, und dann gehen wir mal hier hin Hier unten war nämlich der Bogen drin Ah ja, na viel Spaß beim Treffen Ach komm, ich bin Ich habe doch Skill Doch, Lobo Ja Wo? Wo? Ah Wo uns Nein Warum wundert mich das jetzt nicht Ja, die restlichen Hebe ich mir mal auf, oder? Ja Würde ich fast sagen Die restlichen sind eigentlich dafür Weil es so zu blöd ist So schießen Denk ich auch Gut Wir sind jetzt von hier gekommen Ich glaube schon Ah ne, wir sind wohl oben Ja Da oben war man Echt, hm? Ich bin ja dann hier runter gemacht Getüdelt Stimmt, du wolltest mir entgegenkommen Genau Jetzt sind wir wieder in dem Laberraum Der entgegenkommen Das Ei hast du, was da drin war? Ja, das habe ich dir schon zugeschmissen Okay, cool Ähm, dann müssten wir Wo ist das Schild? Da ist das Schild Wir sind geradeaus, glaube ich Jetzt weiß ich schon nicht mehr Ja, wir müssen, glaube ich Hier dann gehen Wir sind geradezu auf das Schild Und da nach hinten Da geht es ja nicht weiter Ah ja Oh Über uns sind Was? Oh Gott Nein Okay, ich dachte, das spawnt jetzt hier Oh, ich muss das mal meine Dingens ausmachen Meine Koordinaten Wo hast du mit drauf gedrückt? Ja Creeper Immer bescheiden, aber gut Creeper Creeper Ja, noch mehr Zombie Grünes Zombie Oh, oh, oh Da ist was aufgegangen Ein Ei Oh, Alter Ich dachte, jetzt kommt so ein Ding um den Deck Achso, jetzt kommen aber nur noch Wenn wir jetzt noch blau drückt, kommen nur noch Skelette Also haben wir auch so viel zu spawnen Wer weiß, wo die dann rauskommen Wollen wir weiter am Rand dann glauben? Ja Das hätte hier alles voller Creeper sein müssen Das wäre lustig Wo ist der Rand? Unten geht es nicht, nach oben geht es nicht Ist hier der Rand? Ne, ich glaube, von hier waren wir schon mal, oder? Na, hier müsste der Rand irgendwie wieder sein, oder? Ja Da ist der Rand? Nice Und da geht es weiter Oh, ich habe Schiss Da ist aber was drin Hier geht du vor Das ist ein Ei Achso, das Erst mal ernst, vorsichtig Das wäre jetzt hier rausgetroppt Erstmal nur so eine Zehe rausstellen Achso, ja, stimmt Erstmal, ich will mal gucken Das ist aber eine schwübsche Aussicht, hat man Ja, guck mal, da unten ist eine Kiste Wo? Da unten ist, hä? Rechts unten noch Oh, nice Random Da kommt man wahrscheinlich auch noch irgendwie ran So, jetzt sind wir wieder hier Den Raum Der Raum kommt mir bekannt vor So Ne, dann bleiben wir doch Was, haha Hier ist eine Kiste Einfach so Das ist verdächtig Wow Okay, oben Gib ihm die linke Und jetzt der rechte Haken Bam, bam Ins Gesicht Danke K.O. Ich habe Erfahrung Rolotov gewinnt in Runde 1 durch Karol Alter, wo kommt er denn her, ey? Ach, von da oben Von oben? Hätte man natürlich vorher mal gucken können Ist da vielleicht noch was drin, aber man kommt ja eh nicht hin Nein, noch ein Wow, da kommt Nicht nochmal Alter, die müssen wir alle noch bekämpfen, dann Lass die zu, da ist nichts mehr drin Oh, geil, ey Was Super Ich versuch jetzt mal von Wow, 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 wow Okay, komm runter, komm runter Gib ihn Ich hau ihn weg hier, Karate Kick Ja, fokus mich Pass auf, ich hab noch Nein, daneben Boah, ich hab Oha Zack, tot Ich hab eh nen Pfeil Hier Ich hab grad Ah ja, danke Und ein Stück Gammelfleif Ja, gut Äh, Enderman Hier sind Enderman irgendwo Wollen wir erstmal wieder hoch? Ja, kann man Wobei so schauen Kein Bock auf Enderman Nein, ich auch nicht Nein, ich fall Gefällt Oh, okay Das sieht interessant aus Ich guck aber erstmal, was hier noch bei grün ist Oh, Alter Guck mal, wenn der Raum dir schon gefällt, dann guck mal den nächsten Jetzt müssen wir überlegen, welche wir zuerst machen Ich geh schon auf ner Kiste drauf Ich würd sagen, wir machen erstmal den hier, der sieht lustig aus Ja Geh mal rein Kann ich auch von oben irgendwas spawnen? Guck mal in jede Reihen, würd ich sagen Kann ein Stück dauern Wir sagen, die sind alle leer bis auf eine Ja, Hupro Oh Gott Achso, die oberen gehen eh nicht auf Ja, da ist das Ding drin Achso, die gehen nicht auf, weil Ja, okay, jetzt ist es papier Mensch, der Puffel Du bist immer so blöde Naja Einer muss wieder sein Alter Schwede So viele Kisten Hast du schon alle? Ja, was heißt alle? Ich arbeite mich hier nach hinten durch halt Ich glaube, wenn du den in den Duschen nachgeguckt hast, dann kann ich euch hier Das ist meine Maus gesprungen, jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich eine Also die hab ich alle schon Hast du die Mitte schon? Ja, die in der Mitte hab ich auch Ich hab die hier hinten schon, aber frag mich nicht, wo ich angefangen habe Ich versuch mal an Ja, ganz oben Ganz oben ist einer drin nur Du musst hier so hoch springen und dann reindrücken Ah ja Vielleicht auch ein tolles Raum Wahrscheinlich werden wir auch von oben ran gekommen Wahrscheinlich Der oben drüber ist ein Glowstone, okay Ja, wir kommen Ich will erstmal in den anderen Raum noch Den Lava Raum? Müsste ja eigentlich hier gewesen sein Oh, was ist das? Was, wo? Wo bist du? Da ist ein Stück Sand und ein Baum drin Wo? Ich weiß nicht, wo kam er denn her? Ja, ich war schon dort Hier Oh, aua, aua Hier in die Richtung Dann müssen wir uns merken Rück und grün Okay, warte, ich merke mir einfach die Richtung So, möchtest du anfangen? So 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 Ja, super Du kannst nicht springen übrigens Ich schläge, ja, weil ich wollte halt da in dem Gang abspringen Und es geht natürlich nicht Oh Gott Das ist eine Jetzt muss ich gucken Ah, ganz unten Boah Nee, der Name nicht Ja, du bist genau unter mir Eins zu eins unter mir Ja, ich versuche jetzt einfach mal da Hm Ja, ich bin tot Gut, da sind wir wieder am Anfang, würde ich sagen Äh Ah gut Ich wollte gerade sagen Ich war jetzt irgendwo aber nicht dort Siehst du mich? Nee Echt? Nee, neben dir Siehst du mich? Ja, du siehst mich Ja Gut Ja, scheiße, ne? Ja Geil von vorne anfangen Waren wir vorher Erstmal wieder nach oben, oder? Gut Also hier waren wir auf jeden Fall Ja, rangehensweise Sowas von professionell Das müssen wir uns erstmal einer nachmachen Ja, wir müssen uns ja erstmal irgendwie Wow, hier ist schon wieder der Enderman Äh, Alter Alter Ich will da oben nicht rein Ich gehe da oben auch nicht rein Oder warum es wagen? Man schlägt so ein Endmoment und eine Spinne Ja, geh mal ein Stück zurück Eigentlich die Tür nicht auch mal jetzt Achso Ich kann ja so boxen von hier unten Hm Den Enderman darf man nur nicht angucken Dann ist ja gar nicht so schlimm Äh, ja, das ist aber noch ein Skelettscheiße Lass mich wieder runter Lass mich wieder runter Oh ja, ich... Oh mein Gott Ja, ich hing halt an, leider Reutz Warte Die Tür sich gegenseitig ist glänz und spinne Oh nein Fuck, der Enderman hat mich gesehen glaube ich Oder hat der Akku? Jetzt nicht Ich guck mal hoch Oh, Entschuldigung, das habe ich nicht geboxt Ich geh jetzt Oh, ich häng jetzt fest Jetzt, los, truff Im Motoren wirft die Alte Voll Oh, Enderman, scheiße Nicht dich gucken Ähm Kann ich die Pfeile gar nicht mitnehmen? Schade Tja, in Oh, wenn wir lang gehen Hier war man auf jeden Fall schon mal Ah ja Da ist immer lang gegangen Das ist ganz cool zu wissen Dann laufen wir jetzt mal Boah Wir gehen mal hier lang Rot Okay Oh Okay Cool Äh, Hell Hier geht's zur Hölle Ich hab ein Ei gefunden Sehr schön Hast du mir das schon gegeben? Ja Äh, ne Hier ist ein Buch Ja Pass auf, da gebe ich dir das Ei Aber ich will das hier nicht hinschmeißen Pass auf, ich packe rein die Kruhe rein Oh Oh Ich hab mir doch diesen euren Knochen in der Hand Das ist doch ein Pfeil in dem Schäden Du musst dich aufregen Hier ist ein Buch Wieso, wie sehe ich denn aus? Achso Ich hab fast einen im Po Guck mal So Äh, Buch Äh, The Pain The Pain Hier ist übrigens genau das Eck, oder? Ja, auf jeden Leave me here Leave me to stay Leave me alone Nothing but pain Schöner Reim Also, äh, hier steht jetzt, äh, lass mich, also lass mich hier so nach dem Motto, lass mich zurück Äh, ich, ich behe dich an Und dann dort, darunter steht, äh, wirst du, wirst du dich erinnern oder wirst du es dir merken Äh, was willst du uns erst sagen? Scheinbar nix Heißt das jetzt, wir sollen das Buch hier lassen, oder? Nimm's einfach mit Pass auf das Feuer auf Kann ich's ausschlagen? Nein Pack das Buch mal separat, weil da ist ja irgendwie eine Frage drin So, wenn wir da jetzt reingehen, dann, äh, ist das TNT fest und der Rechner schmiert ab Mal gucken Ups Äh, ja Huch Alter, wir sind Also wir nicht, wir sind einfach nur nach hinten teleportiert worden, Junge Äh, achso Reinst du immer im Kreis laufen? Ja, cool, machen wir das doch mal Huiiii Gott, es ist beschert Okay, von hier sind wir, glaube ich, gekommen Ja, dann gehen wir jetzt halt mal Sorgt auf jeden Fall für, ähm Komm hier hoch Hoch, 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 hoch Hoch, immer nach oben Äh Wollte eigentlich mitzählen, dass wir immer Da oben ist ein Schwamm Da oben ist ein Frontspot Wollte eigentlich mitzählen, dass wir immer, äh, diese fünf Böcke ablaufen Aber ich hab's natürlich nicht gemacht Ja Hier, hier waren wir noch nicht Ne, ich war vorhin schon in einem Sandraum Und da ist ein Buch, da ist ein Buch drin Da, da ist ein Buch inside Buch inside Ach, da soll ein Strand sein, ah ja Ah Hier steht nämlich, äh, hier steht nämlich, er liebt in den Strand Jeden Sommer ist er ins Kaisprung und, äh, ins Kaisprung, ins Auto gesprungen Mhm Und ist dann Nasser Und ist dann Gestucken Ja, aber, ja, ja, ist dann in, hast du's, kam das nicht an, er ist dann ins Wasser, äh, Ach so Nasser Äh, blablabla Ah, ins Nasser, ah Das sieht so bescheuert aus, wenn du liest, Alter Dein Kopf einfach mal um 90 Grad abgeknickt Ähm, äh Also er hat jetzt hier vier Stunden lang sein, äh Stell mich mal daneben Er hat vier Stunden lang hier sein, sein, an seinem Sandschloss gebaut Und, äh, als der Tag dann zu Ende war, sind sie, vor allem auf einmal sind's, also er spricht am Anfang von ihm und auf einmal sind's wir, also das verstehe ich auch nicht ganz Soll das etwa eine mysteriöse Story-Wendung sein? Ja, am Ende des Tages sind sie dann nach Hause und haben nichts gesagt, so als, äh, gesagt Warum auch immer Haben sich angeguckt und gelacht Ja, dann pack mal ein und geht's weiter Ein bisschen Sand, äh Verletzt jetzt, oder? Tut jedem weh, was? Ist aber sonst auch nichts zu sehen, hier Ist der Sand in der Rille, oder so? No, fernbar Hab ich jetzt nicht gesagt